Hallo, hier ist der Sweetchecker und ich werde euch heute keine Süßigkeit vorstellen. Nein, es ist Shop-Check-Zeit oder Shop-Checker-Zeit. Ich werde euch heute einen Shop vorstellen und zwar den peanutbuttercup.de. Eine Internetseite, wo man solche Sachen hier kaufen kann. Also alles, was mit peanutbutter, Erdnussbutter also zu tun hat und das seht ihr jetzt. So, das ist hier die Startseite von peanutbuttercups.de. Lasst euch nicht von der Sperrmeldung hier oder dem Hinweis hier verwirren. Es ist natürlich, wenn das Video hier erscheint, könnt ihr natürlich auch hier ganz normal bestellen. Die Webseite peanutbuttercups.de, der Sitz ist in Köln, vertreibt hier sehr speziell nämlich nur ein Produkt, nämlich peanutbuttercups, also Erdnussbutter-Produkte, also Süßigkeiten mit Erdnussbutter. Und es ist jetzt hier, wenn man den Shop durchgeht, es sind alles nur Reese-Produkte. Also wer Reese kennt und liebt, dann wird sich natürlich hier zu Hause fühlen. Es gibt hier verschiedene Produkte. Die Mini ist hier auch sehr geil. Die Whites hier, die mag ich auch sehr gerne. Oder Big Cup ist natürlich auch sehr pervers, sehr cool. Und auch der ist, der Nackbar ist auch ein sehr leckeres Teil. Das sind eigentlich die ganze Produktauswahl von Reese. Es gibt auch andere Erdnussbutter-Produkte, die natürlich, die jetzt hier nicht verkauft werden. Das finde ich erstmal ein bisschen schade, was ich jetzt hier nicht negativ anlasten möchte. Aber es gibt also auch andere Erdnussbutter-Produkte. Dann gibt es, was ich auch sehr witzig finde, es gibt Rezepte. Man kann also diese ganzen Dinger auch noch in Rezepte verwursten und damit lustige Sachen machen. Ich würde, glaube ich, den Streuskuchen oder so einen Muffin oder sowas total cool finden. Das finde ich so ein schoner Bonus für einen Online-Shop. Er ist, wie gesagt, sehr speziell, nur auf Erdnussbutter-Produkte ausgelegt. Nun kommen wir mal zu den Liefer- und ab einem Warenwert von 50 Euro. Ist der dann kostenfrei. Wir haben hier auch ein internationales Shipping und man zahlt hier mit Vorkasse oder mit PayPal. Ja, das ist eigentlich auch schon die ganze Kiste. Die haben auch eine Facebook-Seite, einen Twitter. Kann man den Leuten folgen. Ansonsten eigentlich eine ganz einfache Kiste. So, und hier oben habe ich dann den Warenkorb. Der ist in diesem Fall jetzt leer. Warenkorb, Adresse-Eingaben, Adresse eingeben, bezahlen und bestätigen. Das ist ein normaler Vorgang. Nichts Besonderes. Keine Magie. Keine Haken oder so. Oder Ösen. Das ist eine ganz normale Geschichte. Ja, und das ist der peanutbuttercup.de. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und der Link für den Shop seht ihr hier unten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!